Mann aus Winterheim Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagte, er komme aus Winterheim, einer Siedlung ganz in der Nähe, und dass er der letzte Überlebende sei. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt in diesem verfluchten Ödland keine Hoffnung zu überleben. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr müsst fliehen. Das waren seine letzten Worte. Wir sind also allein. Wir sind alleine. Die Neuigkeiten haben alle in der Stadt schockiert. Hier sollten viele Siedlungen und Bautrupps sein. Menschen, die ein normales Leben in von Generatoren geheizten Häusern führen. Aber wir sind allein. Die Hoffnung sinkt. Werden in London bleiben sollen? Dort wäre es nie so weit gekommen. Werden England nie verlassen sollen. Wie sollen wir überleben, wenn sie es nicht geschafft haben? Wir müssen uns und unsere Kinder retten. Wir müssen zurückgehen. Winterheim ist gefallen. Sie sind alle tot? Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner beginnen sich zu versammeln, als sich das Schicksal Winterheims in der Stadt herumspricht. Einige wollen alles stehen und liegen lassen und nach London fliehen. Panik breitet sich aus. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Wähle unseren Weg. Die Leute sind aufgewühlt. Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sich schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Sonst herrschen in unserer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, die auch Winterheim vernichtet haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zwischen Ordnung und Disziplin oder Glaube und spirituelle Kraft zu wählen. Ich würde sagen, wir nehmen Ordnung und Disziplin und haben damit einen neuen Zweig im Gesetzbuch und zwar Zweck. Wir können also hier die Nachbarschaftswache jetzt erforschen bzw. als Gesetz verabschieden. Wir müssen mobil machen und zusammenstehen, um Einwohnern in Not zu helfen und sie vor Unruhestiftern zu schützen. Bonus, Wachtturm, Wachtürme steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Ja, machen wir und da zeichnen wir. Und wir sehen, dass also die Hoffnung hier deutlich runtergefallen ist von 100% hier auf, ja ich sag mal, vielleicht 15%. Und wir bauen natürlich direkt hier unter dem neuen Reiter Ordnung den Wachtturm. So, das sieht gut aus, hier auf die Plätze, die wir ja schon vorbereitet haben. Zwei Stück erstmal. Man merkt und hört, da ist also richtig viel los in der Stadt, die sind richtig aufgeregt, die Leute. Und wir schauen mal, wie sieht es aus mit unseren Speeren. Die Wetterwarte. Es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles hier scheint funktionstüchtig zu sein. Wir könnten herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Düstere Vorhersage. Wir haben die Aufzeichnungen der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass sie ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig. Nicht einmal ein Brotkrumm ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Entdeckte Orte, Kohlemine und Winterheim. Rohstoffe. Einmal Dampfkern und 91 Kohle. Die nehmen wir mit. Und wir gehen nach Winterheim mit diesen hier. Und die schicken wir mal zur Wetterwarte. Da wir das ja schon kennen, sollte es eigentlich kein Thema sein. Wir müssen gucken. Das sieht gut aus. Hier haben wir also jetzt hier den Bonus, dass wir also doppelt so schnell reisen können. Einen Tag, eine Stunde. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir hier wieder was freigelegt bekommen. Aber dann schicke ich sie zur Wetterwarte und dann ganz schnell zur Kohle-Mine. Wie gesagt, den Weg kennen die. Insofern den Bonus für schnelleres Reisen. Verlassene Stationen. Der jüngste Bericht von der Wetterwarte sorgt für oder bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einige klagen ganz offen. Ich wusste, wir hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Wir werden noch früh genug Antworten haben. Die Londoner. Einige wollen gehen. Sir, sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Sie drohen damit in 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns? Blödsinn! Werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wer zuerst gegessen wird, wenn wir am Verhungern sind? Wenn wir nicht versuchen, nach London zu kommen, enden wir wie in Winterheim. Macht, was ihr wollt. Wir gehen. Ja, beruhigt euch. Wir werden nicht sterben. Meine Güte. Die Londoner. Deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zu mitkommen, zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleiten. Erhalte den Frieden, gib den Leuten Hoffnung und bekämpfe ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Okay, machen wir. Ja, hier sehen wir die Londoner, die jetzt hier entstanden sind. Die Untergrundgruppe, wenn ich sie mal, ja, verbleibend 19 Mitglieder hier der Londoner. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die Hoffnung steigern und auch gegen die Londoner so ein bisschen kämpfen, würde ich jetzt mal sagen. Denn die sind richtig gefährlich. Und wir hatten ja auch vor, hier mal Treibhäuser zu bauen. Irgendwann hatten wir das ja mal gesagt. Und ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Es ist einfach viel zu viel los hier. Naja, gut. So. Die Sammelstelle, das ist in Ordnung. Vielleicht bauen wir hier die Treibhäuser nochmal hin. Ich muss mal gucken, wo uns noch was fehlt. So. Ja. Ich gehe nochmal bei Einwohnern auf Kampfarena. Gleich, sobald ich Holz habe. Kommt schon. Brauchen wir 15 Holz. Danke. So, dann schauen wir mal. Hier. Wollte ich da noch irgendwas ändern? Was wollte ich denn da ändern? Das hier, ne? Das wird abmontiert. Genau. Abdemontiert. Dann haben wir das. Obwohl ich ja hier gerne Häuschen bauen würde. Ach, Mensch. Ich baue auch nochmal Baracken. So. Jetzt nehme ich auf das, was ich jetzt demontieren möchte. Ach komm, schon demontiert doch mal. Das kann doch gar nicht sein. Das Rohstoffdepot ist fertig. Und wir lagern hier natürlich auch wieder Kohle ein. Und bauen direkt dann das nächste, sobald wir wieder 40 Holz haben. Es ist ein bisschen weniger als einen Tag, also wir brauchen so 100 plus für 24 Stunden. Baracke. Da, da. Und dann nochmal da und da. Und dann haben wir es. Leicht durch Speer-Schlitten erforscht. Speer sind jetzt 50% schneller. Wie geil. Okay. So. Als nächstes nehmen wir dann das Außenpostendepot. Hier in Angriff. 30 Holz braucht das. Auch super wichtig. Wir schauen mal, das Sägewerk ist aktiv. Und der Mauerbohrer nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Das heißt, hier wieder Leute raussetzen. 700, 700, 1600, 400. Da ist eh keine Sau. Dann nehme ich die mal hier und packe die in den Mauerbohrer mit rein. Stahl ist eigentlich momentan ganz gut. Ja, dann fangen wir mal ein bisschen an zu wechseln. Drei Hungrige. Warum das? Warum hungrig? Ist doch was zu essen da. Und sobald hier alles gebaut ist, müssen wir natürlich auch die Wachtürme besetzen. Insofern löse ich einmal eine Jagdhütte dann auf. Ich glaube, das mache ich jetzt schon, um die Wachtürme direkt zu besetzen. So, hier fünf Leute rein und da fünf Leute rein. Wachtürme gebaut. Wie versprochen hast du Wachtürme gebaut. Und besetzt, um die Ordnung der Stadt zu wahren. Die Hoffnung steigt. Ich glaube, das ist erst mal wichtiger. Dann bauen wir den nächsten vielleicht hier hin. Oder vielleicht fangen wir mal auf der anderen Seite an. Hier. So, einmal dahin. Das sieht doch ganz gut aus. Hier kommt noch die Kampfarena rein. So. 15 Holz. Ah, ein Holz fehlt mir da. Das hasse ich ja, wenn das ein Brett ist, was da fehlt. So, die Speer sind da. Winterheim. Wir stiegen zum Rand der Stadt empor. Sprachlos starten wir auf das Bild der Zerstörung, das sich uns bot. Es ist eine Stadt der Toten. Die meisten Gebäude sind zerstört und der Generator ist explodiert. Dampfkerne, wie schön. Der Fall von Winterheim. Die Straßen der zerstörten Stadt sind übersät mit toten Körpern. Die Stadtchronik beschreibt die Knappheit an Nahrung und die ansteigende Verzweiflung der Bevölkerung. Sie spricht von Ausschreitungen und Plünderungen. Von der aufkommenden Anarchie und der sich schließlich einstellenden Hungersnot. Der letzte Eintrag. Allmächtiger, vergib uns, dass wir unsere Toten essen. Es gibt keine Hoffnung. Entdeckte Orte, Frischwasserquellen und Lager der Amerikaner. Ja, zwei Dampfkerne, das ist super. Mögen sie in Frieden ruhen. Und wir gehen weiter zu den Frischwasserquellen. So, und da haben wir noch die Kohlemine. Das ist in Ordnung. Und hier Lager der Amerikaner. Ja, jetzt kommen die rauf, ne? Das ist ja auch doof. So sieben Stunden und sechzehn Stunden. Ich glaube, dann ändern wir den Kurs direkt mal hier auf Kohlemine. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. So, das Zelt ist demontiert. Das heißt, sobald ich hier ein bisschen mehr Holz habe, baue ich da noch die Kampfarena rein. Und hier können wir jetzt die Arbeiter mit reinsetzen. Dann steigt die Hoffnung noch ein bisschen mehr. Wie schön. So, Forschung. Außenpostendepot. 30 Holz. Ach Mensch, wir brauchen Holz. Die Londoner gewinnen zusätzliche Anhänger. Londoner erhalten Zulauf. Sir, die Einwohner, die nach London gehen wollen, konnten ihre Freunde und Nachbarn dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Es war nicht schwer, sie zu überzeugen, da sie wenig Hoffnung auf unser Überleben haben. Ich verstehe. Ja, die Londoner sind jetzt in der Zahl 23. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir das ein bisschen unterbinden können. So, die Speer sind da. Frischwasserquellen. Eine heiße Quelle tief unter der Erde sorgt dafür, dass mehrere Teiche nicht zufrieren. Widerstandsfähige Flechten klammern sich an die nackten Felsen an ihrem Ufer. Das hier scheint ein guter Ort für einen Versteck zu sein. Preis des Überlebens. Wir haben bei den Frischwasserquellen einige Flüchtlinge aus Winterheimen aufgefunden. Sie bieten einen traurigen Anblick und das Schicksal ihrer Stadt scheint sich völlig kalt zu lassen. Wenn man sie fragt, wie sie die Hungersnot überlebt haben, weichen sie unseren Blicken aus und murmeln etwas von Flechten, die sie gegessen hätten. Entdeckte Orte, gefrorene Hain und Schneeklippe. Ja, eskortiert die Überlebenden zur Stadt. Ich glaube, die haben etwas anderes gegessen als Flechten. Na gut, okay. Das wollen wir jetzt nicht so wirklich rauskriegen. Okay. Ups. Die Temperatur sinkt. Das heißt, wir machen wieder Overdrive an. Eine Stufe runter. Beziehungsweise Overdrive wird uns jetzt nichts bringen. Wir machen mal die Dampfstufe 2 an. Denn das ist eine permanente oder ein permanentes Sinken der Temperatur. Das heißt, wir müssen jetzt umstellen auf Dampfstufe 2. Leider. Kohleverbrauch 12 Kohle pro Stunde. Und wir gucken ganz kurz hier auf die Wärmesicht. Ob alles soweit in Ordnung ist. Hier ist es ein bisschen kalt im Sägewerk. Wir können mal gucken, dass wir das ein bisschen erweitern. Alles andere sieht aber ganz gut aus. Ja, würde ich so lassen. So, hier auf die freie Stelle kommt jetzt noch die Kampfarena. So. Und noch ein Wachturm fehlt. Wo fehlt er? Wo fehlt er? Mal gucken. Hier. Wo fehlt er? Jawohl. So, Essen ist da. 28 Hungrige sollten jetzt auch mal was essen. Mann, 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 Mann. So, wir haben jede Menge Holz. Das heißt, neue Forschung. Außenpostendepot. Ermöglicht uns, ein Außenpostenteam zusammenzustellen, das einen permanenten Rohstoffaußenposten weit entfernt von der Stadt aufbaut, mit der wir in Verbindung bleiben können. Okay, starten. Das brauchen wir ganz dringend. Wir müssen leider hier nochmal fünf Jäger irgendwie deaktivieren und hier in den Wachturm reinpacken. Der ist aktiv. Der ist auch aktiv. Dieser hier. Der ist auch aktiv. Okay. So. Dann haben wir alle Wachtürme besetzt. Das heißt, wir haben hier diesen, den, den und den. Also vier Wachtürme hier für unsere ganzen Einwohner. Das ist in Ordnung und natürlich jede Menge Kampfarenen. Das für euch nochmal zur Übersicht, wie es momentan ausschaut. Und wir erwarten hier noch 22 Arbeiter, sieben Kinder und jede Menge Dampfkerne. Und wir bauen jetzt schon mal Treibhäuser. Und zwar nicht eins, sondern jede Menge. Hier oben ist schon Platz. Das heißt, wir bauen hier schon mal zwei Stück hin. Das ist auf jeden Fall effektiver gleich als die Jagdhütten. Nachbarschaftswache. Rechtzeitiges Eingreifen. Sir, ein Kind ist auf den Generator geklettert. Es rutschte ab und fiel. Aber glücklicherweise war ein Mitglied der Nachbarschaftswache dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Ich bin froh, dass es ein gutes Ende genommen hat. Ja, sehr schön also. Das macht schon Sinn, dass wir das Ganze hier bewachen. Und dann warten wir jetzt mal auf den Speer. So, die sind jetzt da. Die Kohlemine. Die Kohlemine ist automatisiert. Ihr Motor steht unter Druck. Aber die Abbauarbeiten haben aufgehört. Der umliegende Schnee ist unberührt und eine gespenstliche Stelle liegt in der Luft. Mehr Kohle als nötig. Diese Kohlemine war bis vor kurzem noch in Betrieb. Auch wenn die Maschinen sich aktuell nicht bewegen, scheint mit ihnen alles in Ordnung zu sein. In jedem Fall ist die Mine verlassen. Wenn wir die Maschinen auseinandernehmen, können wir sicherlich viele Rohmaterialien erbeuten. So, nur die gelagerte Kohle mitnehmen oder wir nehmen alles mit. Ich würde sagen, wir zerlegen die Maschinen. Ich brauche keine Kohle hier, sondern wir zerlegen die Maschinen für Rohstoffe und gehen dann hier weiter. Ich würde sagen, wir setzen kurz auf die Frischwasserquellen, weil wir dann schneller sind. Elf Stunden bis hier anstatt ein Tag und zwei Stunden. Also nutzt immer die vorhandenen Routen, dass ihr da etwas schneller seid. Dann habt ihr also den Schlittenbonus. Das könnt ihr hier immer kontrollieren oben mit dem Button des Schlittschuhs. So, dann haben wir das. Ostbostendepot ist in weniger als einer Stunde fertig. Das ist wunderbar. Und jetzt warten wir auf die Treibhäuser, die hoffentlich auch schnell fertig werden. Ich baue die Straßen nochmal hier hinter. So. Und baue das hier mal kurz ab. Hoppla. Da ist er verkehrt. So. Schau mal, wie sieht es hier mit der Sammelstelle aus. Ja, ist auch bald fertig. Außenpostendepot erforscht. Wie geil. Ah, schön. So, und als nächstes nehmen wir dann die Fabrik. Die Fabrik, eine Anlage, in der Automatone und andere fortschrittliche Geräte produziert werden können. Und Start. So. Das sieht gut aus. Rohstoffdepot ist auch gebaut. Und wir bauen jetzt das Außenpostendepot. Das kommt dann hier direkt an unsere Rohstoffdepots ran. Hat also wunderbar funktioniert. Das passt doch super. So, man kann natürlich auch eine Straße mit ran. Wollen wir überall Straße, so. Das sieht doch ganz gut aus. So. 75 Erstenstationen, das ist sehr schön. Endliches Feierabend, dass die mal arbeiten. Kommt schon. An die Treibhäuser. So. Die Jäger, glaube ich, nehme ich schon mal raus. Die einen, die können noch mal jagen. Die anderen schmeißen ich es gleich hier ins Treibhaus. Da können sie es rumtreiben. Also mit dem Pflänzchen. Tick, 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 tick. Jawohl. So, und dann besetzen wir das natürlich auch schon. Das heißt, wir produzieren jetzt 35 Rohn Nahrung. Das ist super. So, Außenposten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Außenposten-Team zu kreieren. Das heißt, wir brauchen 10 Arbeiter dafür. 20 Stahl und 40 Holz. Noch haben wir jetzt keinen Außenposten, den wir bauen wollen, sondern hier warte ich auf Tesla City, um dann Dampfkerne zu bekommen. Fabrik ist in der Erforschung und wir können ein neues Gesetz erlasten. Und zwar gehen wir wieder auf Zweck. Und zwar auf die Morgenversammlung. Morgenversammlung. Wir versammeln uns jeden Morgen, um sicherzustellen, dass alle unsere Ziele und Prioritäten für den Tag verstanden haben. Bonus, Morgenversammlungen steigern von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Die Hoffnung steigt leicht an. Ich halte das für Zeitverschwendung, aber wenn es die Moral hebt, es schadet nicht, daran erinnert zu werden, wofür wir jeden Tag kämpfen. Ja, ihr habt recht. Das Super 23 Londoner gibt es im Moment in der Stadt und wir hoffen mal, dass wir das so ein bisschen eindämmen können. So, das zweite Treibhaus ist auch fertig und wir warten mal, bis die Jäger hier wieder da sind und besetzen dann das zweite Treibhaus mit denen. In der Zwischenzeit schauen wir nochmal, ob wir nochmal Baracken bauen können. Ein Zelt gibt es hier noch in der Stadt. Das wird ersetzt durch eine Baracke und da wir ja auch Leute erwarten, hier 22 Arbeiter, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was bauen. Die Frischwasserquellen sind erreicht und jetzt gehen wir einfach weiter hier zur Schneeklippe. Zack. Ganz hurtig. Wir können hier nochmal Baracken bauen. Hier lasse ich glaube ich mal frei, da muss ein Wachturm wieder hin. So. Da baue ich aber jetzt glaube ich keinen Wachturm. Oder soll baue ich einen? Wir brauchen ja noch andere Türme. Egal, wir bauen mal einen Wachturm. Egal. Und natürlich hier ein bisschen Holz. So. Für die Straße. Einmal kurz die Wärmesicht angemacht. Hier ist es ein bisschen kühl. Da könnten wir schon ein Dampfzentrum hinbauen. Braucht noch ein bisschen Stahl und dann geht das los. Speereinheit Nummer zwei sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. 22 Arbeiter, sieben Kinder, drei Dampfkerne und 91 Kohle. Wie schön. Das ist sehr schön und wir schicken die natürlich auch direkt wieder los hier zum Lager der Amerikaner. Dauert es 18 Stunden und hier bis zum Absturzort fünf Stunden. Gehen wir erstmal zum Absturzort und danach zum Lager der Amerikaner. Wie gesagt, da wir den Weg schon kennen, geht es etwas schneller. Und wir brauchen für 16 Leute Wohnungen. Das ist super. haben wir auch gleich so und haben dann 20 Betten noch frei. Londoner gewinnen wieder zusätzliche Anhänger. Sie sind jetzt bei 27. Ich hoffe, dass wir das gleich hinbekommen und dass die Hoffnung jetzt noch ein bisschen mehr steigen wird. So, Ingenieure nehme ich jetzt hier mal raus und setzen mal Arbeiter rein. So. Das heißt, wir haben die beiden Treibhäuser komplett besetzt. Die Jagdhütte ist hier noch aktiv. Ich kann mal schauen, wie sieht es denn hier bei den Kohlegeneratoren aus. 400, 800, 800, 1300, 800 und 500. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Kohle. Das sieht doch gar nicht schlecht aus momentan. Die Speer sind angekommen, Schneeklippe. Das Loch in der Schneeklippe führt zu einer kleinen Kammer. Hier lebt jemand, aber die Person, die wir von Weitem sehen, ist verschwunden. Es könnte der einzig überlebende Winterheim sein. Flüchtling aus Winterheim. Der Mann, den wir von Weitem gesehen hatten, war nirgends zu finden. Wir durchsuchten seine Höhle und fanden das Tagebuch eines Wissenschaftlers, der aus Winterheim geflohen war. Nachdem die verhungernde Stadt ins Chaos gestürzt war, ernannte sich ihr Anführer, ein Armeehauptmann, zu ihrem absoluten Herrscher. Er versuchte, die Ordnung mit Gewalt wiederherzustellen. Viele unzufriedene Einwohner verließen die Stadt und die meisten der bleibenden rebellierten gegen ihn. Entdeckte Orte, versteckte Höhle. Vorräte, 103 Essensstationen, sehr geil, 55 Holz und einen Dampfkern neben die Rohstoffe. und wir gehen und wir gehen weiter zur versteckten Höhle. Sieben Stunden. Das läuft ja wirklich klasse und wir warten ganz kurz bis die zweiten Speer jetzt auch bereit sind und schicken die weiter Richtung Lager der Amerikaner. Deine Heil Deine